Ja, es ist einfach eine Riesenfreude, eine Riesenvorfreude, schon eine glückliche Situation, dass ich vor der eigenen Haustüre so einen fantastischen Club trainieren darf. Ja, ich denke einfach auf einen sehr proaktiven Fußball in allen Phasen und ich will natürlich mit den Jungs dominant sein, den Ton angeben und es schopfen die Leute, im Stadion mitzureißen. Also, ich will den gewohnten Fußballspiel, den ja im Stadion, den viele kennen, den wollen wir wieder reinkriegen, diesen Fußball. Aber ich freue mich richtig drauf und es ist eine Riesenaufgabe und ich stehe für Entwicklung, aber auch gleichzeitig für die richtigen Ergebnisse und das in Kombination macht es sehr sexy.